Herzlich Willkommen bei Let's Play Pokémon Crystal Folge 25. Wo sind wir denn hier? Ich hab keine... Ah, ich glaub das ist der Tackenfall. Okay. Wir wollten uns ein Fahrrad holen in der letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere. Und das gibt es nichts... Bei nichts Schönerem als in Ducatia City, soweit ich weiß. Mit hier rechts runter. Bei dem? Oder noch weiter unten? Da unten links, ne? So, jawoll. Hier, der ist gerade so pleite, seufzt. Ich bin hierher gezogen, Fahrräder verkaufen. Ja, ich hab ein Leihrad. Ich hab ein Leihrad. Warum sind wir eigentlich in der ersten Welt? Hat er überhaupt einen Orden geholt? Und sowas? Ähm, Fahrrad. Wahl. Was muss ich denn jetzt klicken, damit hier... X? Nee. Z. Ähm. Ja, wie mach ich denn das jetzt hier, dass ich aufs Fahrrad steigen kann? Mit der Schnelltaste. Welche Taste war denn das? Keine Ahnung, dann wähle ich halt so. Aber jetzt wollten wir zurück zu... Dingsens. Bummsens. Achso, und schön, dass er jedes Pokémon auf Level 50 gemacht hat. Aber was ist denn das da für ein neues Pokémon? Darling? Jo, ist klar. Mensch, Alter. Basti, Basti, Basti. Azuria City war er. Das heißt, da hat er wahrscheinlich den Orden geholt. Aber mir fällt... Ah, nee, durch die Diktahöhle können wir ja nicht, denn da liegt ein fettes Relaxo im Weg. So, haben wir... Ah, nee, wir brauchen gar nicht das Fahrrad rauszuholen. Hier sind wir automatisch am Fahrrad. Das ist ja praktisch. Fahren wir jetzt auch so schnell runter. Jawohl. Sind hier Trainer? No, komm mal her, Alter. Ich mach dich kaputt, Junge. Ich bin Biker. So, da ist noch einer. Hier hat man aber nicht das Problem, wenn man auf dem PC spielt, dass man mit diesem Runterfahren... äh, gegen Hochfahren und sowas, dass man da so langsam ist. Das geht hier ratzefatze. Lootexo. Achso, wir können hier eigentlich jeden Trainer killen, ne? Ja, besiegen. Killen hört sich ein bisschen komisch an. Ist hier noch einer? Das war's schon? Ist das ein Scherz? Ach, das war's ja schon. Das ist ja scheiße. Ich dachte, wir treffen hier so voll viel unendliche coole Trainer und dann nur das. Kämpft er auch? Moment. Slime-Up. Achso, ich müsste mal das Pokémon wechseln. Mach ich gleich, wenn er 52 ist. So, ein Dodo und ein Dodri und die sind tot. Und ein Dodo, der ist auch tot. So, Penis erhält irgendwas. Pokémon! Und... Äh, machen wir mal. Ich level mal wieder Handy. Nicht allzu hoch, aber einfach nur, weil er einer der Schlechtesten ist. Hier ist ein Slimer. Ähm, ach, der ist auch ein Trainer. Wusste ich gar nicht. Und schickt einen Teil nach Hause. So, wo ist denn das Pokémon Center? Da links war das doch, ne? Kommen wir da hoch? Nein. Dann fahren wir mal kurz... Ach, da oben ist die Safari-Zone. Nach links, nach unten, nach oben, nach da. Da, 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 da. Zack. Einmal kurz speeden. Nach da oben und da ist das Pokémon Center. Juhu! Ups, guten Tag. Komm, jederzeit wieder werde ich tun. Jetzt erst mal in die Arena. Oh Gott. Man sieht ja gar nichts. Also Handy werden wir jetzt auch auf 52 machen. Und danach weiter mit den anderen Leveln. Aber halt, wie gesagt, ich will, dass jedes Pokémon ungefähr gleich ist. Und nicht wie damals Handy 49 und der Rest noch 30er-Bereich. Das war ja wirklich ein bisschen doof. Welche waren die Arena-Leiterin? Die musste man, glaube ich, suchen. Aber das ist ja natürlich die in der Mitte. Nido King und Nidorina sind natürlich auch Bomben mit Pokémon. Wir haben ja selber Nido, keine Ahnung was. Wir haben es Dora genannt. Beziehungsweise mein geschätzter Kollege Basti hat es Dora genannt. Dora. Ich glaube, das hier ist dann die Arena-Leiterin. Juhu, ein X-Bad. Tot ist es. Juhu, ein Slimog. Äh, ein Smog-Mog. Noch ein Smog-Mog. Was heißt, Smog-Smog? Smog? Smog. Omot. Omot ist auch ein sehr tolles Pokémon. Das wollte ich auch früher mal haben. Dann war es irgendwie nicht so pralle. Und dann, naja, habe ich es mir irgendwann doch nicht mehr im Team gehabt. Was wollte ich denn gerade? Achso, ja, ich habe jetzt den Ordn. Jetzt gehen wir nach rechts. Also erst mal hier oben ins Pokémon-Center. Zack, zack, zack. Das heißt, wir haben schon fünf Orden hier in der neuen Welt. Dann gehen wir mal nach da. Und jetzt kommen hier ganz viele Trainer. Das wird spaßig. Ach Mensch, der ist auch 52. Wollt ihr wechseln? Mein nach dem Trainer. Magneton haben wir auch. Denkt er, der ist jetzt cool, nur weil er Magneton hat. Ähm, Pokémon. Der hier ist das Schlechteste. Also ein Darling-Level ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob er es ein Team haben will oder sowas. Hat nichts gesagt gestern. Achso, ist ja Erdbeam die erste Attacke. Warum hat der Erdbeam als erstes gemacht? Ich denke mal noch, das ist hier Hornbohrer. Ah, hat der Hornbohrer weggemacht? Hornbohrer ist doch eigentlich völlig geiler Attacke. Oder? Irre ich mich da? Kann auch sein, dass ich mich irre. Ich hab keine Ahnung. Ein Nidorino. Und weiter geht's nach hier. Zu der Trainerin. Mit Stärke machen wir ihr Pipi platt. Pipi. Und weiter geht's mit dem Paras. Mit Stärke machen wir ihr Quapuzzi und Paras und Ditto und Paras und alles platt. Weiter geht's mit dem hier. Der hat einen Knuffen. Oh, Zebra. Ein Ultrigaria und ein Sazenia. Das holen wir uns auch noch. Wo haben wir den? Mal hier gucken. Ist da noch ein Trainer gewesen? Oder nur der Pokéball? Jau. Ein Nidorino und wir sind gleich 52. Yeah. Dann können wir ja das Pokémon wechseln. Machen wir mal hier auf... Nicht Opfer. Auf... Äh, nicht Handy meinte ich. Opfer wollte ich haben. Ja, so. Ach, ich hol mir den Pokéball später. Oder holen wir den jetzt noch? Ich hab keine Ahnung. Wo ist denn das? Hier. Da ist er. AP Plus. Hm, ist zwar übelst geil, aber hab keinen Bock dafür, grad was wegzuschmeißen. Dann machen wir einfach mal hier weiter. Zerschneider und Lumanda und Shigi und der ganze Kram. Ja, ja, ja. Wir wissen, dass du nichts kannst. So. Sechs Minuten... Sechs Minuten nehme ich erst auf. Dann muss ich ja noch ein paar Minuten. Ich nehme heute extra nur ungefähr zehn bis elf Minuten auf. Ich komm nämlich grad vom Sport. Bin übelst kaputt und muss gleich noch schwimmen. Besser gesagt, fahre ich extra schwimmen dann als Erholung sozusagen. Kämpft die? Aerodactyl? Was? Komm her. Komm her. Shaneira ist niedlich, aber ich hab keinen. Hast du einen Shaneira? Möchtest du meinen... Also hier kriegen wir ein Aerodactyl. Wenn wir irgendwann mal ein Aerodactyl wollen und dann eins nicht kriegen, außer hier, dann gehen wir halt hier hin. Merken. So, haben wir denn... Hm, hier ist nix. Hier ist bestimmt ein Pokéball. Nein, da. Nein! So. Schade. Schade. Hätte ich fast drauf geschworen, dass da was ist. Achso, hat er sich jetzt selbst explodiert? Keine Ahnung. Machen wir mal diese Attacke. Und wir sind 51 und eine Attacke von uns zu Bodyguard. Nein, Bodyguard nicht erlernen. Dann gehen wir mal nach da, besiegen den hier mit seinem Nido King, Alter. Der fühlt sich auch, als wenn er King wäre. Synthese machen wir mal, damit wir hier nicht sterben. Und weiter geht's mit Zerschneider gegen Gold King, Alter. Der hat ja nur Kings, Mensch. Lasso King, Alter. Das ist ein richtiger Kingman, Alter. Mann, hi Penis, wie geht's? Hab's von deinem Geld gekauft, das Item. Ja, schön. Wenn meine Mama mich anrufen würde und sagen, ja, ich hab dir Essen von deinem Geld gekauft, wäre ich, glaube ich, nicht zufrieden. Und ganz viele Pikachus haben wir gerade platt gemacht. Da ist aber was. Da ist aber was. Wieso ist denn nichts? Da ist ein Schild. Linken Seite des Pfostens. Ah, leck mich. Ach, keine Ahnung. Hier, die erstmal. So, da hat ein Tauboga. Wir sind Level 52 gleich. Ach, keine Attacke mehr übrig. Bodenattacke bringt mir leider nichts gegen den hier. Und schätze ich mal, jawohl. Da müssen wir kurz Pokémon tauschen, weil und so. So, machen wir gleich auf Tü-Dü, weil der eh noch 51 ist. Und wir machen, bis alle 52 sind, dann höre ich hier auf. Oh, kann ich wieder nicht. So, dann machen wir hier Opfer hat Level ab. Dann wechseln wir kurz Pokémon. Dann rasen wir hier durch. Und haben alle auf Level 52. So ist doch perfekt. Ja, ein Garados ist natürlich Surfer. Das ist jetzt nicht das Praktischste, aber... Hydro-Pumpe? Wo ist ein Body? Was hat denn der mit vielen Attacken gemacht, Alter? Ach, da gibt's eine Angel. Egal. Holen wir uns später. Capradorn. Ja, natürlich. Da kann man super leveln. Baldorfisch, schon besser. Komprimator. Tendoxer, schon besser. Stirb doch. Ich will hier Level ab, damit ich beenden kann. Ähm... So. Ah. So. Remorite. Und noch ein Remorite. Und Hydro-Bumpe. Level ab. Ah, ja. So, ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss.